Scott Steiner bricht bei Impact zusammen Sean Ross Sapp berichtet auf Twitter, dass Scott Steiner während Aufzeichnungen von Impact Wrestling zusammengebrochen sei. In der Folge sei er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Über die Natur seiner Probleme gibt es bisher noch keine Stellungnahme. Tommy Dreamer und Impact's Executive Vice President Scott Stamore berichten über ihre Twitter-Accounts, dass es Steiner gut gehe. Weiteres Match für Elimination Chamber bestätigt. WWE hat im Anschluss an SmackDown angekündigt, dass Daniel Bryan und Drew Gulag im Rahmen des Elimination Chamber Pay-Per-View aufeinandertreffen werden. Wie Spotfight bereits berichtete, wurde die Storyline von Bryan selbst vorgeschlagen. Hardy vor Vertragsunterzeichnung Der Wrestling Observer Newsletter berichtet, dass Matt Hardy noch keinen Vertrag bei AEW unterschrieben habe. Es werde jedoch erwartet, dass der Vertrag in Kürze zustande kommt. In einem Interview mit Sports Illustrated sagte Hardy, dass er neben AEW auch mit NXT und der NWA gesprochen habe und seine Entscheidung innerhalb der nächsten 30 Tage treffen werde. WWE Dropped Storyline zwischen Lashley und Rusev Wrestling News berichtet, dass Bobby Lashley und Rusev bei der letzten Raw-Episode Backstage anwesend waren. Das Creative Team habe allerdings keine Storyline für sie gehabt. Lana sei hingegen bei einem Filmdreh gewesen und werde das voraussichtlich auch die nächsten Wochen sein. Es sehe daher so aus, als werde die Storyline nicht fortgesetzt. AEW nach Pay-Per-View deutlich vor NXT. Die aktuelle Ausgabe von Dynamite konnte die Quote um 5% steigern und erzielte im Schnitt eine Zuschauerzahl von 906.000. NXT sahen im Schnitt 718.000 Zuschauer. AEW konnte sogar in der Altersgruppe der über 50-Jährigen, die zuletzt nahezu immer an NXT ging, ausgleichen. Auch die werberelevante Hauptzielgruppe brachte AEW im Vergleich fast doppelt so hohe Zahlen. Damit lag Dynamite seit dem TV-Start in 18 von 23 Fällen im Quotenvergleich vor dem WWE-Konkurrenten. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Reviews und Wrestling-Talks zu Raw, SmackDown, All Elite Wrestling und vieles mehr. Klickt gern mal rüber.